Wollen wir hier noch irgendwas? Glauben aber nicht. Nö, nö, nö. Oh Gott. Fuck. Jetzt sind wir da hinten, diese großen Pflanzen. Da muss ich als nächstes hin. Die Ruine haben wir. Dann können wir da hoch, würde ich sagen, ne? Da war nicht hier irgendwo so ein Sprung, Dings, Bums. Hier. Nice. Oh, was haben wir da für einen? Da hinten hin müssen wir, ja. Okay. 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 Ist ja irgendwas. Hm. Hier ist nicht so gesprächig. Pilgerkirche. Hm. Oh, heilige Träne. Das ist sehr geil. Konnte ich damit nicht... Ach, damit konnte ich doch, glaube ich, die Flaschen erweitern, oder? Nee, das war goldene Saat. Oh, eine Ladung der Flaschen mit Proportränen wurde hinzugefügt. Ich hatte sogar noch eine. Gibt es noch eine? Nein. So. Äh, Flasche verstärken. Menge der mit Flaschen aufgefüllte LP, FP mit einer heiligen Träne erhöhen. Ja, genau. Perfekt. So, Flaschenaufteilungen. 4 und 2. Ja, das ist erstmal okay. Haben wir sie lassen. Das nächste Mal... Nehmen wir eine Mana-Flasche. Ja, geil, geil. So, dann als nächstes hier runter, würde ich sagen. Machen wir mal einmal einen Kreis um diese Insel hier. Begoldetes Eisenschild. Was ich wollte gerade sagen, hier hat doch jemand auf mich gehauen. Was ich noch mehr? Ja. Ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hier geht es wieder runter. Das Ding ist, hier sind ein paar Wölfe. Waffe voraus. Waffe voraus und dann Waffe. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. 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 Ach du Scheiße, Glaube 24 Da bin ich ja weit von entfernt Aber die scheint jetzt auch nicht Mega stark zu sein Starb des Halbmensch Menschenkönig Wo habe ich den denn hergeholt? Geil Moment, zurück Er ist ja geil Gucken ob der stärker ist 100 Damage Jetzt muss ich nochmal Den auswählen Achso 93 nur Ja, wobei Der macht dann Mehr Damage Ach nee, das ist zusammengerechnet Ja, nur 93 Das ist Nope Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Oh, hab ich das Ding aktiviert, okay. Oh, aber ich bin jetzt mittlerweile zu schwer. Nicht so cool. Ich muss Ausrüstung ablegen. Das weg. Bin ich jetzt immer noch zu schwer? Nee. So, nächster Boss. Mal gucken, wie schwer der ist. Kommt da auch einer, oder? Oh, alter Held. Okay. Okay, der scheint auf jeden Fall machbar. Der ist nicht so schnell wie der letzte. Ah, aber der Held wird ganz schön, ey. Aber der ist machbar. 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 Boah, ich mach den gut. Monkey Damage. Nein, während ich trinke. Oh, ich wahr sein, ey. Tschüss wieder. Fuck. Cut zum Morspiel. Wow. Was? Was geht ab, Alter? Nein, das gibt's doch nicht, Mann. Ich bin nicht weg von ihm. Okay. Come on. Ich bin nicht weg von ihm. Ich bin nicht weg von ihm. Auf ein neues. Okay. Ich bin nicht weg von ihm. Weil der einfach jumpen kann Und dann gibt der mir direkt noch eine Das ist so OP Echt Also wenn du dann schon nicht mal mehr Einen Trank trinken kannst Ohne dass er dich dazwischen Einfach kaputt schlägt Das ist halt keine Ahnung Absolut weird Zum Kotzen Jetzt hatte ich den eigentlich schon so gut runter Ja wie oft willst du noch ausweichen Washer Das ist halt keine Ahnung Da bringt das Ausweichen auch nichts Guck mal das trifft dich trotzdem Und jetzt kommt er angecharged Oh Oh Mann Ich will doch schon in den Nahkampf gehen Und er lässt mich halt einfach überhaupt nicht Komme ja gar nicht dazu Zum Kotzen ey Ich will doch nosso Das war's. Ah, come on. Ah, come on. Ah, come on. Ja, genau. Und jetzt kommt er nur noch angesprintet. Ja, meine Fresse, Alter. Kann nicht wahr sein. So was Unfaires, ey. Ich hasse das so. Okay. 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 Das war's. Oh man, dieses behinderte Umdrehen jedes Mal. Oh man, das war's. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nochmal ne heilige Träne. Öh, Flaschen. Verstärken wir das, ne? Ja. Ruf mal auf, steht, geht noch nicht. 6000 Punkte brauch ich mittlerweile. Was ist hier schon? Was ist hier schon? Oh, was ist das? Das ist vorne. Das war's für heute. Die Glocke ist ja immer mega nervig. Kann man das Ding auch kaputt machen? Ich glaube da drauf kommt. Das stimmt man auch nicht. Alter was ist denn los? Okay. 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 Okay.